Musik Also mein Name ist Thorsten Kraft, ich bin von der 1&1 Internet AG, dort als sogenannter Senior Abuse Engineer für die strategische Ausrichtung des Internetkonzerns in Bezug auf technischen Missbrauch unserer Infrastruktur verantwortlich. Und das, was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist einfach nochmal so ein grober Überblick, was so ein ISP alles mehr oder weniger für Hilfsmittel benötigt, um ordentliche Abuse-Arbeit, also spammende Kunden zu erkennen und auch automatisiert zu verarbeiten. Dazu möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben über das Unternehmen an sich. Mache ich auch relativ kurz, hoffe ich mal. Wir sind in mehreren Ländern unterwegs, das ist einmal Deutschland, das ist im englischsprachigen Bereich, England, Amerika, Frankreich und Spanien, dort auch den südamerikanischen Bereich, die amerikanische Marke macht allerdings auch mehr oder weniger das Geschäft, das Kanada, gerade die Länder, wo die Spammer sitzen, ebenfalls involviert werden. Das wäre der DSL-Bereich, das wäre der Hosting-Bereich, Da haben wir insgesamt 3,6 Millionen Kunden, 10 Millionen Domains, die auf diesen bei uns konnektiert sind und 85.000 Server, die zu überwachen werden. Diese Server, die sind Linux-basierend, Windows-basierend oder das, was halt der Kunde an sich auf diese Dedicated-Server selbst drauf installiert. Im DSL-Bereich haben wir 3,5 Millionen Anschlüsse, die verwaltet werden müssen, wo droianisierte Kisten oder sowas zu Hause sein können oder auch irgendwie Missbrauch getrieben werden kann. Und wir sind zudem auch Fremail-Provider mit den beiden Marken Web.de und Gmx. Alles zusammen eigentlich ein ziemlich großes Spektrum, gibt uns viele Aufgaben, aber auch viele Möglichkeiten, die es bei anderen ISPs auf der Welt so nicht gibt. Die Infrastruktur, so wie wir sie betreiben, ist einmalig. Insgesamt sind bei uns im Hause 40 Mitarbeiter mit dem Thema Spam, Viren, Cyberguine befasst. Da das ziemlich groß auseinandergedröselt werden muss, aufgrund der unterschiedlichen Ausprägungen, irgendwas muss auf dem Server laufen, da müssen also Linux-Systemadministratoren da sein. Wir haben den Mailversand, der überwacht werden muss, sowohl eingehen als ausgehend, als auch die ganz normalen Billing-Prozesse, die überwacht werden müssen. Also wenn ein Kunde sich anmeldet, sind das Echtdaten oder sind das gefakte Daten, sind die Kreditkartendaten gestohlen worden oder und so weiter. Deshalb haben wir uns entschieden, damals das klassische Abuse-Department, so wie es in anderen Unternehmen tätig ist, üblich ist wie bei Yahoo oder Hotmail, dass das eine einzige Abteilung betreut, dass wir das auseinander dividieren durch drei Abteilungen. Eine Abteilung befasst sich mehr oder weniger mit dem eingehenden Mailverkehr, um sicherzustellen, dass die E-Mails, die ankommen, auch zugestellt werden können in einer gewissen Zeit, aber auch, dass Phishing-Mails, wenn sie erkannt werden können, eben nicht in den Postfächern landen. Dann haben wir ein Fraudmanagement, was sich nur um den kaufmännischen Bereich bemüht, also mehr oder weniger den missbräuchlichen Erwerb einer Nutzung von uns unter Angaben falscher Daten und das Abuse-Department, was dann mehr oder weniger alle Kunden, die dann durchgerutscht sind und die bei uns mehr oder weniger ihr Zuhause gefunden haben, dann überwachen und Missbrauch möglichst früh versuchen zu erkennen. Das Abuse-Department, in dem ich aufgehängt bin, sind 15 Mitarbeiter, davon 10 Mitarbeiter, die im operativen Geschäft tätig sind, also wir sitzen da und arbeiten Tickets ab, die wir generieren, und 5 Entwickler, die ausschließlich dafür eingestellt worden sind, um die Abuse-Mechanismen, die wir haben, zu monitoren, zu bewachen, dass die permanent laufen, und stetige Weiterentwicklung, natürlich. Die Angreifer ändern ihre Muster permanent, also müssen Anpassungen an unseren Skripten passieren. Das machen 5 Mitarbeiter. Dann sind wir das einzige Department, was in diesen drei Säulen gegen Missbrauch aufgehängt hat, was eine eigene Entwicklerabteilung hat. Alle anderen müssen mehr oder weniger die ganz normalen Projektwege in einem Großunternehmen gehen, also einen Projektantrag stellen, der wird dann abgenickt, einpriorisiert, und wenn man heute einen Projektantrag stellt, wird der in drei bis vier Jahren umgesetzt. Das geht natürlich in unserem Bereich, wo wir tätig sind, auf gar keinen Fall, wenn wir drei Jahre lang untätig sind. Wir sind gleichzeitig noch Technologiedienstleister für diese beiden Abteilungen und hauen halt so kleinere Mechanismen, die wir selber bauen können, dann mehr oder weniger aus. Bei uns hat das Abuse-Thema gibt es bei uns noch nicht so lange. Also eigentlich, das Unternehmen an sich ist mehr als 25 Jahre alt, seit 25 Jahren im Webhosting-Bereich unterwegs. Angefangen haben wir damit eigentlich erst im Jahr 2007 ziemlich spät. Hintergrund war ganz einfach der, dass wir das Thema, wie alle anderen Firmen auch, erst mal auf die Seite gelegt haben. Das ist nicht mein Problem. Ich habe damit keine Schmerzen. Ich habe so eine dicke Bandbreite und so viele Server. Und wenn da ein bisschen Spam rausgeht, ist das nicht mein Problem. Das haben wir Ende 2005, haben dann zwei bis drei Supporter, mehr oder weniger eingehende Beschwerden auf die Support-Adressen bearbeitet. Jede einzelne Beschwerde, die reingekommen ist, wurde dann per Hand durchgeklickt. Ende 2005 kam es dann zu einem Incident nach Übernahme von Web.de, dass unsere gesamten Mail-Systeme bei sämtlichen Providern weltweit geblockt waren. Wir keine Mail mehr zustellen konnten, egal wohin, egal zu welchem kooperierenden Unternehmen. Alle haben uns abgelehnt. Das hat dann mehr oder weniger dazu geführt, dass wenn ein Unternehmen wie die 1&1, deren Kern bis an der 70% Mail ausmacht, wie wir eben gesehen haben, keine Mail mehr zustellen kann, dass das dann ganz, ganz schnell ganz, ganz hoch geht. Und dann muss es auch ganz, ganz schnell umgesetzt sein. Und wir wollen ganz schnell wieder Mails rumschicken. Mitte 2006 haben wir dann angefangen, ein eigenes Team aufzubauen. Angefangen haben wir dort dann mit fünf Mitarbeitern, die 1.500 Beschwerden manuell bearbeitet haben. Das muss man sich so vorstellen, dass wir keine Incidenz zuordnen konnten. Wir mussten immer nachgucken, mehr oder weniger, welcher Kunde ist denn das? Da waren überhaupt noch keine Technologien innerhalb der Headers oder sowas hinterlegt, mit dem wir, also wir haben erstmal, um eine Beschwerde zuordnen zu können, zehn Minuten lang gesucht, welcher Kunde war denn das? Weil wir auf unseren ungefähr 150 Mail-Servern erstmal gucken mussten, wer hat denn die Mail verschickt? Dann war es vielleicht noch ein gefakter Header, dann ist da noch ein bisschen was rumgetrickst worden. Das war auf jeden Fall ein Riesenchaos. Ende 2007 haben wir dann ein eigenentwickeltes Tool an den Start gebracht und mehrere Erweiterungen in den Headern und in den Mail-Systemen veranlasst, damit wir das überhaupt automatisiert verarbeiten können. Und da waren wir dann in der Lage, dass diese 1.500 Beschwerden, die wir da oben vormals per Hand durchgeklickt haben, zu 90% automatisiert verarbeitet haben. Zusammengefasst, festgestellt, das ist der gleiche Incident, der gleiche Spam, einfach nur von fünf verschiedenen Leuten reportet und dann einfach hochgezählt. Eigentlich eine kleine MySQL-Datenbank, wo alles Mögliche reingeflatscht worden ist und mehr oder weniger dann über Requests zusammengefasst. 2007 haben wir dann, nachdem uns 2005 WebDE so viel Schmerzen bereitet hat, auch das Abuse-Thema dann zu uns komplett rübergezogen und im gleichen Atemzug auch GMX bei uns aufgehängt. Vorher waren wir halt nur für die 1&1 zuständig. WebDE und GMX haben die einzelnen Firmen bei sich in den Häusern gemacht, was Vorteile hat, wenn man die Systeme besser kennt, als wenn man drei Systeme verwalten muss. Jedes System hat seine eigenen Mail-Systeme. Auf dem einen läuft Exim, auf dem anderen läuft irgendein Postfix, auf dem nächsten läuft was Eigenentwickeltes. Da sehen dann die Logfiles auch alle schön anders aus. und über mehrere Gates und überhaupt haben wir dann 2007 übernommen, haben angefangen, mehr oder weniger kleine Skripte zu bauen, die uns diese mühsame Handarbeit ersparen und haben das eigentlich auch relativ gut hinbekommen, bis auf kleinere Probleme. 2008 haben wir dann angefangen, eine proaktive Kontaktaufnahme mit anderen Providern zu suchen und zu sagen, gib uns mehr, wir wollen Beschwerden haben. Wir kommen mit den per Hand erstellten Beschwerden von Kunden nicht mehr klar. Dazu ist der Outbound-Abuse zu stark und wir sehen zu wenig von unserem System. Mitte 2008 sind wir dann hingegangen und haben mit eigenen Spamtrap-Adressen rumprobiert. Das war auch schon relativ spät. Da war dann mehr oder weniger die Zeit dann schon abgelaufen, dass die Harvester da durch die Gegend gegangen sind und haben sich E-Mail-Adressen aus irgendwelchen Foren zusammengekreppt. Und wir haben auch andere Systeme aufgesetzt, die ich Ihnen nachher kurz zeigen werde. Mitte 2009 haben wir dann angefangen, unsere Systeme, die wir in den vorangegangenen Jahr aufgebaut haben, nach außen zu reporten, also andere Provider mit unseren Informationen zu füllen. Heute haben wir, also wenn man sich überlegt, dass wir vorher 1.500 Beschwerden hatten, 2 bis 3 Millionen Beschwerden im Monat. Davon sind weniger als 4% echte Beschwerden, die von draußen kommen. Der Rest ist alles selbstgeneriertes Zeug, was wir uns irgendwie aus irgendwelchen Mechanismen mit viel Voodoo zusammenbauen. Diese 2 bis 3 Millionen Beschwerden bündeln wir zusammen in 180.000 Cases. 18.000 Kunden werden im Endeffekt nur noch angeschrieben, der Rest wird einfach ignoriert, weil es zu gering ist und weil wir den Support dann auch nicht leisten können oder weil wir aus irgendwelchen Gründen die Beschwerde nicht mehr zuordnen können, weil irgendwelche Informationen zum Kunden fehlen, Header fehlt, was weiß ich. Und manuelle Bearbeitungen liegen bei 2.500 Stück. Das Spektrum von der Beschwerdeart sehen Sie hier an der rechten Seite. Da gibt es alles Mögliche. Also Spam ist nur der kleinste Anteil. Hier habe ich noch eine kleine Verteilung mal aufgeschrieben, wie sich das ganze Zeug hier verteilt. Links sehen Sie in dem Kuchendiagramm von den 110.000 Tickets, die wir für 1 in 1 generieren, dass 51% auf die Server und auf die Kisten matchen. 42% aller Beschwerden, die wir reinbekommen, werden über die Mail-Accounts ausgelöst. Und der DSL-Bereich ist verschwindend gering von 7%. Was Sie hier auf der rechten Seite sehen, ist so eine kleine Auflistung, wo bekommen wir die Beschwerden her? Kommen die von draußen? Also was weiß ich, von Spamhaus oder sonst irgendwas? Oder generieren wir die selber? Und im DSL-Bereich sehen Sie, dass wir mehr als zwei Drittel der Beschwerden, die da oben die 7% ausmachen, selber generieren müssen, weil einfach von draußen nichts reinkommt. Es gibt keine vernünftigen Reporting-Mechanismen. Externe Quellen, eins davon nennen wir Abonym, das ist unser Tor nach außen. Abonym beinhaltet mehr oder weniger das Wort anonym. Es gibt Beschwerdeführer, die möchten uns zwar Informationen zuleiten, wie die Strafverfolgungsbehörden, wollen aber nicht namentlich genannt werden, wenn irgendwas geschickt wird. Also haben wir einen Anonymosierung-Server zur Verfügung gestellt, wo man uns Beschwerden reintüten kann. Wir schmeißen die ganzen Informationen weg, wo es herkommt und erstellen dann die Cases blind. blind. Positivrate, weil es gibt Kunden, die verwechseln manchmal den Löschen-Button mit dem Spam-Button und schwupp landet irgendeine Kundenkommunikation bei uns als Spam. Das muss man alles mit berücksichtigen und Einzelbeschwerden. Interne Quellen haben wir eine Live-Log-Analyse, da sitzen also Skripte auf den gesamten Mail-Servern und analysieren mehr oder weniger alles, was sich da so tut. Wir haben Spam-Traps, wir haben Honeypot-Systeme, wir betreiben Sync-Holes und wir haben Scanner, die auf den Web-Hosting-Kisten sitzen, permanent die Log-Files überwachen, was bewegt sich da, was gibt es da für Anomalien, was kennen wir denn aus vergangenen Angriffsmustern oder und so weiter und so fort. Bei einem Unternehmen wie bei uns, das sind wir bei 2 bis 3 Millionen, Beschwerden natürlich auf eine automatische Verarbeitung angewiesen, ansonsten können wir diese Wucht der Daten gar nicht stemmen. Das Problem dabei ist, dass bei Fremd-Complains, wie ich gerade eben gesagt habe, bei Feedback-Loops man nicht genau sieht, was es ist. Ist es echter Spam? Oder ist es einfach nur, ich habe ein Newsletter angeklickt und will den nicht mehr? Die Datenqualität ist einfach nicht so, dass man sie automatisiert wirklich eins zu eins mitnehmen kann. Dann gibt es Formatunterschiede. Jeder Provider, der schickt da, wenn er was automatisch auslöst, in seinem eigenen Format. Sprich, ich muss jedes Mal die ganzen Beschwerden mir einzeln angucken, muss mir Parser-Module bauen und muss das mehr oder weniger anpassen. Die nächste Mail sieht dann wieder anders aus. Und bei manchen Sachen, wie bei Spam-Trap-Adressen, die man mir als Spam-Traps verkauft, sind meistens nicht wirkliche Spam-Trap-Adressen. Ein Beispiel dazu ist, wenn ich zum Beispiel anna.web.de als Spam-Trap-Adresse eintrage oder so, dann kann das auch ein ganz normaler User mal irgendwo eingetragen haben. Das muss nicht unbedingt Spam sein. Was ein weiteres Problem ist bei Fremdbeschwerden und wenn ich mich darauf verlasse, ist, dass ich eigentlich die Sicherheit meiner Systeme anderen Leuten überlasse. Wenn die irgendwann alle der Meinung sind, sie schalten uns die Mechanismen ab, dann tappen wir wieder im Dunkeln. Was wir machen müssen, ist natürlich versuchen, auf eigene Füße zu kommen. So. Ich möchte das erste System vorstellen, Live-Log-System. Eigentlich war das dazu gedacht, weil wir angewiesen waren, auf Blacklisting erst dann reagieren zu können, wenn Kunden sich beschweren, dass sie ihre Mails nicht mehr absenden oder losbekommen. Das löst natürlich einen riesen Supportaufwand aus und das Problem dabei ist auch, dann ist es eigentlich schon zu spät. Also, dann ist das System schon geblockt. Dann geht es eigentlich nur noch darum, das System wieder möglichst schnell ans Laufen zu kriegen. Da haben wir uns ein Tool gebaut, was auf den ausgehenden Mailsystemen sitzt und die Zustellstatus überprüft und guckt, ab welchen Werten ein Provider irgendwie komisch reagiert. Zum Beispiel, wenn eine bestimmte Anzahl an nicht mehr existierenden Adressen über die Mail-Relays huscht und die Mails mit validen Empfängern zu gering sind, dann fangen die an langsam zu drosseln und so weiter und so fort. Die gucken auf die Absenderadressen, ob da Gmail bei einem 1&1-Mail-Relay an den from-Leisten drinsteht oder die achten auf Pattern. Solche Dinge kann man eigentlich in unserem eigenen Log-File sehen, muss sie allerdings aufgrund der Menge, die wir da an Mails verschicken, das ist so circa eine Milliarde Mail am Tag, aggregieren, sinnvoll in irgendeine Grafik packen, um irgendwelche Reaktionen auszulösen. Mittlerweile haben wir das allerdings auch so ausgebaut, dass wir damit etliche Sachen tun. Also dieses System ist ausgeweitet worden. Wir betrachten hier auch die Reputation, also wir bilden für die Mail-Security, die für die eingehenden Systeme zuständig ist, auch mehr oder weniger die Qualität von Hotmail. Und irgendwelche Abwandlungen, wenn mehr oder weniger da jetzt eine Spam-Attacke von Hotmail kommt, bilden wir die Innenwerte. Wir nutzen es dazu, um auf den eingehenden Mail-Systeme Blacklisting-Rejects, die wir selber auslösen, zu monitoren und eben auch zur automatischen Erkennung von Blacklistings. Das System sieht dann so aus, dass wir auf sämtlichen Mail-Servern, das sind circa 350 Stück, ein Skript installiert haben, was permanent die Log-Files mitzählt und wenn bestimmte Schwellen immer in regelmäßigen Abständen an einen Server schickt, dieser Server aggregiert das in der MySQL-Datenbank. Die erste MySQL-Datenbank, die löst ein Alerting aus, entweder an uns selber oder an eine dritte Partei. Und auf der anderen Seite werden die Daten in eine neue MySQL-Datenbank geschrieben, die aggregiert wiederum und macht ein Statistik-Frontend, was dann aufgerufen werden kann, das ganze Ding grafisch darstellt. So sieht zum Beispiel aufgrund des Mechanismus ein nahender Block aus. Das ist noch kein durchgeführter Block, das ist ein nahender Block. Die Farben, die man da unten sieht, grün stellen die Mails dar, die wir ordentlich zustellen können. Dieser ganz dünne, violette Streifen da unten sind die nicht zustellbaren Mails, die an nicht existierenden Adressen gehen. Und das, was man hier als diesen blauen Bauch da sieht, das ist ein Connection-Swaddling. Da hat man einfach gesagt, ihr wollt mir 20.000 Mails in der Sekunde einliefern, ich ziehe das jetzt mal runter, ihr dürft uns jetzt nur noch, was weiß ich, 100 Mails einliefern. Das bounce dann mit einem 421er, wird bei uns zurückgestellt in die Queue und geht über eine neue IP raus und versucht dann erneut die Zustellung durchzuführen. So sieht dann das über die gesamten Mail-Relays aus. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel einen Block genommen von 1&1 bei BlackBerry. Also hier sehen Sie die IP-Adressen grafisch dargestellt. Auf der Achse nach unten, auf der horizontalen Achse ist dann die Zeit wieder geschrieben. Die roten Balken sind immer die Sachen, wo wir gar keine Mail mehr durchgestellt bekommen, auf den IPs. Und dieser blaue Graph, der da unten darstellt, der spiegelt den Prozentsatz des Mail-Systems an, was da momentan geblockt ist. Also hier in diesem Falle sind ungefähr 30% des Mail-Systems erstmal bei BlackBerry nicht zustellungsfähig. Ein weiteres System, was wir nutzen, ist ein Spam-Trap. Das ist praktisch das, was ich eben erklärt habe. Man legt im Internet über verschiedenste Mechanismen E-Mail-Adressen aus und wartet darauf, dass da irgendjemand eine Mail hinschreibt und sagt dann, das kannst du gar nicht da hinschreiben, weil die E-Mail-Adresse gibt es gar nicht. Wir nehmen die Mails an, untersuchen mit verschiedenen Algorithmen erstmal die Art des Spams herauszufinden. Was ist es? Ist es ein Phishing-Mail? Ist es ein Newsletter? Ist es whatever? Und versuchen dann natürlich nachzugucken, je nachdem was es ist, sind da Links enthalten, wo eine Malware mitpromotet wird, ist eine E-Mail-Adresse drin für einen Nigeria-Spammer, wo eine Dropbox dahinter ist, wo kommt die Mail überhaupt her, ist die aus unserem Bereich oder kommt die sonst irgendwo her, ist vielleicht ein Attachment dabei, etc. pp. Alles wird aggregiert, in Datenbanken geblasen und je nachdem, was es halt ist, ein Report ausgelöst, entweder an uns selber oder nach extern. Wir arbeiten da zusammen mit mehreren Projekten, eins davon ist Project Honeypot, das ist ein weltweit operierendes Teil, arbeiten mehrere Millionen Leute am gleichen Ziel, eben Spam zu bekommen. Dann haben wir mehrere Honeypot-Systeme, Honeypot-Systeme sagt Ihnen das alles was? Also Systeme, die mehr oder weniger vorspielen, irgendwas zu sein und es dabei doch nicht sind und einfach gucken, was will der mit mir anstellen. Ziel dabei ist es, Angriffe aus dem eigenen Netz zu erkennen, zu analysieren, was will der überhaupt mit mir anstellen, will der mich mit TORPIC infizieren? Wenn ja, dann ist er sicherlich selbst mit TORPIC infiziert. Wenn dem so ist, wird einfach nachgeguckt, ist es ein Kunde von uns oder ist es eben kein Kunde von uns? Wenn es ein Kunde von uns ist, leuchtet er halt in den Regelprozess rein und alle anderen werden nach draußen geblasen. Da betreiben wir mehrere verschiedene. Wir haben ja nicht nur den DSL-Bereich, sondern auch Webhosting-Angriffsmöglichkeiten, wenn ein Schubler angegriffen wird, um eine Phishing-Seite abzulegen etc. pp. Das Honeypot-System sieht dann von der Funktionsweise so aus, dass es sich infizieren lässt. Es wird mitgeschrieben, welche IP hat die Infektion durchgeführt. Das Honeypot-System wird ja dann durch den infizierenden PC aufgefordert, die Malware runterzuladen. Wir ziehen uns die Malware, schicken die ins interne Netz rein, prüfen die gegen eine Datenbank ab. Kennen wir die Malware, kennen wir sie nicht? Was ist es für eine Malware? Wie ist die Erkennungsrate von dem Teil? Erkennt der Virenscanner den? Wir verkaufen den? Oder erkennt er ihn nicht? Wenn er ihn nicht erkennt, dann schicken wir das an Semantik oder wie noch immer weiter und sagen, hier sieht aus wie eine Zero-Hour-Detection. Dann geht es ins Abused-Hole und der Kunde war Kunde. Also er war nicht Kunde, aber er wird dann erstmal vom Internetverkehr ausgeschlossen. Ja, klar. Dann betreiben wir sogenannte Sinkhole-Systeme. Sinkhole-Systeme sind, ja, da geht man hin und guckt sich eine Malware an. In der Malware sind irgendwelche versteckten Codes drin, wann er sich zu welchem Zeitpunkt wohin verbindet, um irgendwelche Daten abzuholen oder irgendwelche Daten abzuliefern. Da gibt es ein paar Trojaner, die haben einen Algorithmus dahinter sitzen, den kann man zurückrechnen. Wir sind hingegangen, haben ein paar von denen zurückgerechnet und haben die Domains, die in einem halben Jahr mehr oder weniger als Command-Control-Server agieren, vor den Angreifern registriert. Klar, als Registrar geht das relativ einfach und haben dann einen Mechanismus dahinter gesetzt, der alle Aufrufe an diesen Tagen mitprotokolliert und auswertet. Hier unten habe ich mal so einen kleinen Apache-Auszug dran geheftet. Da sieht man zum Beispiel, dass die erste IP-Adresse einen Aufruf fährt, kommt mit dem User-Agent an und übergibt einen für, das ist jetzt hier Configure, für den Configure-üblichen Aufrufstring, dieser komische Q-Wert, der da dabei ist. Danach können wir halt mehr oder weniger raussuchen, ist das ein legitimer Aufruf von einem Bot-Netz oder hat da irgendein User aus Versehen mal da draufgeklickt, weil er irgendwo im Netz gesehen hat, dass die Domain heute besonders interessant ist. Das machen wir mit verschiedenen Systemen. Wir haben das getrieben, oh, das Jahresdatum da unten ist falsch, wir haben damit angefangen im November 2008, noch bevor die Configure-Working-Group aktiv geworden ist, haben uns dort ungefähr 70% aller Domains von Configure geschnappt, über mehrere Monate hinweg und haben mehr oder weniger die Ausbreitung von Configure etwas ins Schleppen gebracht. Also zumindest konnten die infizierten Clients nicht mehr updaten, um einen neuen Algorithmus zu ziehen. Bis es dann irgendwann den bösen Jungs doch geglückt ist und sie ein Update ausgerollt haben und es dann eben keine 200 Domains mehr waren im Monat, die fraglich waren, sondern es waren auf einen Schlag 50.000 Domains am Tag und da hat dann die 1 in 1 gesagt, nee, der Spaß wird uns jetzt zu teuer, das lassen wir jetzt lieber Microsoft bezahlen. Wir haben es dann mehr oder weniger an die Configure-Working-Group komplett übergeben. Wir machen das noch mit anderen Malware-Varianten, Mebrut-Torpik, das ist ein spezieller Banken-Trojaner. Wir machen das auch mit UL-Zone, das ist ebenfalls ein Banken-Trojaner, komplett auf die, auf den deutschen Bankensektor ausgerichtet und mit WSN-PM-V2, er ist auch ein ziemlich aggressiver Trojaner hier bei uns in Deutschland. Was man mit so einem Syncode natürlich auch alles anstellen kann, ist jetzt zum Beispiel so eine Grafik zu erstellen, wie ist denn die Ausbreitungsrate, ist das überhaupt relevant für Deutschland oder nicht? Und bei Configure haben wir eben festgestellt, dass wir unter Ferner Lieven da oben bei den Assers untergebracht sind und die stärkste Ausbreitung in Brasilien und Russland liegt. Aller Voraussicht nach auch der Ursprung. Das lasse ich mal weg. Auf den Webhousing-Maschinen haben wir auch ziemlich viel draufgepackt, um zu überwachen, was da läuft. Wir gucken einfach, wie lang laufen da irgendwelche Skripte. Ist das normal, dass ein Skript fünf Stunden am Stück läuft und nach einer Stunde neu anfängt und dann baut sich das proportional auf? Oder wir versuchen zu detekten, ob irgendwelche Kisten gehackt worden sind und ein IRC-Bot installiert wird, um einen Command & Control-Server entstehen zu lassen. Das sind meistens Python-Skripte, die sich dann an irgendwelche Ports binden, was man normalerweise so nicht tut. Dann haben wir eine Webspace-Forensicht, die wir von unserem Tool anstoßen können. Also es kommt ein Complaint rein bei uns ins Bearbeitungstool und es wird dann mehr oder weniger automatisiert, ein Scan dieser betroffenen Kiste ausgelöst. Wir suchen nach bekannter Schadsoftware. Das läuft generisch ab, also es wird nur nach bestimmten Pattern gesucht und wir bereinigen den Webspace des Kunden automatisiert, wenn es eine Massenattacke ist. Hintergrund ist einfach, die Kunden sind bei uns total überfordert. die kommen, können sich zwar ein Schubler installieren, wenn das Ding aber kompromittiert ist, dann fehlt es auch schon am Know-how. Und wir haben einen proaktiven Scan auf den Kisten drauf, wo wir eben nach aktuellen Bedrohungen aktuell permanent suchen. Dann dieser Fischers Fritz fischt frische Fische. Eigentlich war das dazu gedacht, Clean-MX-Daten sich automatisiert zu ziehen. Die lösen keine Complaints aus, die per Mail reinkommen, sondern wir mussten hingehen und mussten uns Mechanismen schaffen, wo wir auch Webseiten abfragen können, proaktiv. Mittlerweile sind die Phishing-Attacken auf unseren Kisten zurückgegangen. Das größte Problem, was wir aktuell haben, sind Malware-Seiten, die bei uns gehostet werden, also infizierte Webseiten vom Hasenzüchter-Verein. Foren-Spammer oder irgendwelche Spam-Wortizing. Da ziehen wir uns Listen, unter anderem von Semantik, von Serbl, von Tim Kamro, von wem auch immer. Das ganze Zeug wird zusammengefasst, wird geguckt, ob es bei uns liegt. Wenn ja, wird es bei uns reingepusht und ansonsten erstellen wir je nach Sinnhaftigkeit lösen wir einen Report an unser Fore-Department aus und sagen, nimm mal von dieser Kiste nichts entgegen, das ist ein offener Proxy oder whatever. Abonym ist dieses Tor nach extern oder für extern. Das ist ein E-Mail-Interface, da kann man jede Art von Daten reinpushen. Das System spricht eigentlich alle gängigen Formate, nimmt die automatisch auseinander, prüft auf Wichtigkeit, prüft auf Häufigkeit, prüft auf alles Mögliche, ob es zu uns gehört und löst dann entweder ein Complaint an uns aus, um den Kunden dann automatisch zu verarbeiten oder aber einen Abuse-Complaint an einen anderen ISP. Dann haben wir angefangen, so wie ich gesagt habe, Anfang des Jahres ein Global Reporting auszulösen, also andere Abuse-Tests mit unseren Informationen zu versorgen, weil wir eben festgestellt haben, dass das, was wir so auf unseren Systemen sehen, ungefähr ein Promille für uns eigentlich ist und die restlichen Daten, die würden wir sonst wegschmeißen. Das sind die ursprüngliche Motivation, das überhaupt zu machen, hat damit was zu tun, dass wir im DSL-Bereich Reseller sind, also unsere DSL-Kunden keine echten 1&1-Kunden sind, sondern eigentlich bei der Deutschen Telekom eine angemiette Leitung haben, wir von außen den Kunden nicht direkt kennen, also wir merken das erst einen Tag später, dass der die und die IP gehabt hat, also mussten wir uns einen Mechanismus überlegen, wie wir die ganzen Daten, die wir da generieren, die wir teilweise auch live brauchen, irgendwie wieder zu uns reinkriegen, obwohl wir nicht sehen, dass es ein Kunde von uns ist. Dann sind wir hingegangen, haben die Deutsche Telekom geflutet mit allem, was wir von deren IP-Adressbereichen gesehen haben und haben zu denen gesagt, alles was zu uns gehört, ping uns einfach wieder zurück. Deutsche Telekom hat ein bisschen gemurrt, aber sie hat es dann irgendwann gemacht. Mit A-Core, den wir auch als Reseller bedienen, haben wir es auch versucht, aber da die keine Daten gespeichert haben zu dem Zeitpunkt, kam natürlich nichts zurück. Auf Initiative des Eco-Verbandes haben wir dann unser System geöffnet, so dass eben auch andere dass wir das Reporting erweitern und eben nicht nur auf unsere Reseller ausgeweitet haben, sondern wir beziehen mittlerweile auch zum Beispiel Strato die Konkurrenz mit ein, blasen die voll, Versatel, Comcast, ein amerikanischer Kabelprovider ist das, ein ziemlich stückiges Tier, mit dem wir ziemlich viel Stress gehabt haben und LeaseWeb, mehr oder weniger ein ISP, der ums Überleben kämpfen muss, weil demnächst wahrscheinlich die Peering Provider irgendwie mal die Stecker ziehen werden. NetCologne natürlich, weil die Initiative, die die Eco ausgelöst hat, ist von Dietmar Braun entstanden, er als Arbeitskreisleiter da mehr oder weniger aktiv ist. Da möchte ich noch ein bisschen was über unser eigenentwickeltes Tool sagen, das habe ich ganz am Schluss angestellt, das ist eine Java-PAP Inhouse-Entwicklung, so aufgebaut, dass vorne etliche Kanäle von Mails da sind, die knallen auf einen Parser, der Parser versucht anhand von irgendwelchen Werten den Incident rauszubekommen und schickt die dann schon mehr oder weniger vorsortiert in das Tool rein, im Tool werden dann irgendwelche Services angetriggert, zum Beispiel, dass der Webspace gescannt wird, dass das Mail-System angehalten wird, dass die Mail von dem Kunden, die zukünftigen Mails, die er verschickt, über ein schlechteres Mail-System rausgeschleust wird, etc. pp. Oder, dass beim DSL-System der Kunde eben abgeklemmt wird. Und gleichzeitig führt dieses Abuse-Tool auch die Kundenkommunikation durch. Also schreibt den Kunden an, informiert ihn, incidentbezogen. Sandling ist aufgebaut in fünf Schritten. Es kommt eine Beschwerde rein, die wird eben, wie gesagt, gepasst. Jede Beschwerde wird, oder jedes Ticket wird dann mit einem Score-Wert versehen, hochgezählt. Abhängig davon, woher die Beschwerde kommt, kenne ich den Beschwerdeführer, kenne ich ihn nicht, schickt er mir oft irgendwelche komischen Sachen rein, wo ich nicht zuordnen kann, oder sind es einfach nur 100-prozentige Missbrauchsfälle. Dann wird vertragsbezogen, also ein Kunde, der einen Rootserver hat, der wird anders behandelt wie einer, der nur einen kleinen Webhosting-Vertrag hat, weil einfach nur ein Kunde davon betroffen ist, wenn es zu einem Blacklisting kommen würde, bei einem Rootserver, wohingegen bei einer Webhosting-Kiste sind gleich 10.000 bis 20.000 Kunden, können keine Mail mehr verschicken. Dann eskaliert es ab bestimmten Schwellwerten, in den Eskalationen selbst, in irgendwelche Sperren hinterlegt, anschreiben oder sonstige Aktionen. Und dann kommen wir in Richtung manuelle Analyse, das sind die restlichen 10%, die da noch übrig bleiben, wo wir da einfach nicht sicher sind, dass ob das ein gehackter Webspace ist oder ob der Kunde mehr oder weniger nur ein Newsletter verschickt und sich da ein bisschen komisch anstellt. und er wird jedes Mal gezielt informiert, das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn man Kunden nur generisch informiert, wie es andere Firmen machen, wir haben eine Beschwerde bekommen zu ihrer IP-Adresse unten angehängt, bitte kümmern Sie sich darum, da hängt nur eine Spam-Beschwerde unten dran, kann der Kunde natürlich nichts damit anfangen, er frägt dann automatisch nach. Das Views-Tool hat ein Regelwerk, das ist jetzt zum Beispiel ein Regelwerk für GMX, das ich da zusammengebaut habe. Ich kann es kurz erklären, wenn es interessiert. Jede eingehende Beschwerde wird um 1 erhöht, also der erhöht den Score-Wert um 1. Dann wird auf die einliefernde IP geguckt und wenn die einliefernde IP zum Beispiel aus Weißrussland, Indien, China, Nigeria, Russland etc. pp. ist, dann wird das ganze Ding mal 5 genommen. Wenn der Vertrag unter 30 Tage ist, wird das Teil nochmal mal 5 genommen und wenn die einliefernde IP immer mal wieder wechselt, dann wird das Ganze mit sich selbst mal genommen. Das ist einfach nur um echte Spammer von legitimen Kunden-Mails auseinanderzuhalten und möglichst wenige echte Kunden von so einer Maßnahme zu treffen, das Regelwerk gewesen. Dass das Regelwerk gegriffen hat, sieht man an der Grafik. Wir hatten ein massives Problem bei GMX mit ausgehendem Spam. Dazu geführt, dass Hotmail GMX sporadisch immer mal wieder geblockt hat. Da GMX nur eine ausgehende IP-Adresse hat und wir nicht über mehrere IP-Adressen bei GMX verfügen, trifft es natürlich den gesamten Kundenstamm. Immer da, wo diese höheren Peaks sind, war der Spam-Anteil so hoch, nahezu 100% Spam, dass Hotmail berechtigterweise in den Stecker gezogen hat. Und durch die Einleitung der Maßnahme hat sich das ganze Ding wieder normalisiert und der Spam-Anteil ist nach unten gegangen auf unter 10%. Das ist jetzt kein Datenwert, den wir selber generiert haben, sondern haben wir uns von externen besorgt. Also ich bin hingegangen, habe eine Consulting-Firma beauftragt, einfach mal ein bisschen mitzuschneiden, was die von unseren ausgehenden Mail-Systemen sehen und eine Bewertung jeder einzelnen Mail durchführen. Ja, soweit mein Vortrag. Zumindest von dem, was wir so machen. Wenn Sie Fragen haben, in alle Richtungen weg. Das weiß ich, wenn Sie interessiert, wie wir den eingehenden Spam bewältigen oder so etwas, dann kann ich Ihnen hier gerne auch Fragen beantworten. Ich habe mich jetzt hier nur auf den Abuse-Part beschränkt. Ja, immer interessant, so wie Sie eingehend in Mail-Traffic klassifizieren, beziehungsweise was man als Sender machen kann, um nicht in bestimmte Didersten-Beispiel reinzulaufen, wie Sie auch an die E-Mails setzen, wenn die E-Mail zu häufig auch nicht existente E-Mail-Adressen speziell bei Gmx auflaufen. Ja, bei Gmx gibt es einen Bug, es gleich vorauszunehmen. Wir haben von Leikos, Leikos hat ja seinen Dienst zur Hälfte eingestellt oder seinen Mail-Dienst eingestellt. Die United Internet hat einen Großteil der bestehenden Leikos-Kunden übernommen und ins Gmx-System migriert, vor allem den französischen Leikos-Service. Dabei hat man nicht beachtet, dass wenn man natürlich nur einen gewissen Anteil von Mails, also Mail-Adressen übernimmt und nicht alle, dass dann die ganzen Score-Regeln nicht mehr greifen können, weil ganzen Massenversender haben natürlich alle Bestandskunden bis zum Tag X noch anschreiben können und nachdem Leikos den Service abgeschalten hat und wir nur noch einen Teil übernommen haben, war dann mehr oder weniger genau dieser Super-GAU eingetreten, dass unsere Mechanismen, mit denen wir eingehend den Spam erkennen, und zwar wir können den Mechanismus nicht einfach abschalten, weil wenn wir den abschalten, dann sind unsere Postfächer voll ohne Ende mit Spam. Dass wir jetzt die Situation haben, bis die Newsletter-Versender ihre Verteilerlisten bereinigt haben, einfach damit leben müssen, sagen wir es mal so. Aber wir legen ganz klar Wert darauf, auf den Anteil an Mails im Verhältnis, wie viele Mails gehen an valide E-Mail-Adressen im Verhältnis zu nicht existierenden Mail-Adressen. Und da ist halt für den Versender ratsam, ein Bounce-Management einzurichten, dass es automatisiert erledigt. Dann legen wir sehr viel, dann haben wir Weitlisten im Einsatz. Wenn Sie aus dem amerikanischen Markt wären, würde ich sagen, wenden Sie sich an Return Pass, die monitoren Sie, dass Sie gucken, was Sie da so anstellen. Werden auch die User-Feedbacks, die wir auslösen, aus und aus dem deutschen Bereich von der ECO den CSA. Also die CSA-Zertifizierung durchziehen. Kostet zwar ein paar Euro, aber da stellen Sie auch, wir haben damit keinen Aufwand, sagen wir es mal so. Weil die ECO hat mit uns einen Vertrag abgeschlossen, wo eben drin steht, wir kümmern uns darum, dass die Qualität der Newsletter einfach sauber ist, dass Opt-in in Deutschland nicht so toll ist, sagen wir Double-Opt-in, dass es ausgetragen wird, dass es einen Abmeldling überhaupt gibt, dass die rechtlichen Voraussetzungen überhaupt erfüllt sind. Das haben wir dann mehr oder weniger an die ECO abgetreten. Wir haben gesagt, ja gut, für das, dass ihr den Aufwand gemacht habt, habt ihr auch eine Liste, wo ihr mehr oder weniger versprechen könnt, dass Web.de die Mails annimmt. Das heißt, wenn man in der CSA drin ist, ist es die normalen Filter werden, schlau genug sind, Löschenknopf vom Spam-Report unterscheiden, werden noch nie gezogen. Also die werden schon gezogen, die werden an die ECO-Reporte, den Prozentsatz. Sender A hat 10 Millionen Mails bei uns eingeliefert, 800.000 haben sich beschwert. Im Vergleich dazu haben wir einen anderen Sender, der hat ebenfalls 10 Millionen Mails eingeliefert, da haben sich nur 200 Kunden beschwert. Ich gehe mal davon aus, dass das Kundenklientel bei beiden Versendern gleich blöd ist, wie sie gemeint haben. Da passt irgendwas nicht am Verhältnis. Dann weisen wir halt auch die ECO drauf hin, entweder du nimmst den jetzt von deiner Liste runter, was weiß ich, du machst irgendwelche Regularien, der soll seine Listen sauber machen oder beim nächsten Mal, wenn er einen liefert, sperren wir die IP trotzdem. Kannst du das dann mehr oder weniger deinem Versender erklären, warum er nichts mehr einliefern kann? Eigene Weitlisten versuchen wir so weit wie möglich abzuschaffen, weil das für uns ein Riesenverwaltungsaufwand bedeutet, die Newsletter-Versender permanent zu überprüfen. Gerade die größeren Massenversender, die Quelle etc. pp. bedienen und immer mal wieder neuen Großkunden dazukriegen, wo man nicht wirklich weiß, wo die Datenherkunft herkommt, den Schuh ziehen wir uns nicht an. Also nicht mehr. Bitte? Wie bitte? Von 1 in 1 nicht wirklich. Hat datenschutzrechtliche Probleme. Durch das, dass wir ja gesagt haben, User-Feedback ist nicht unbedingt diese Gewährleistung, dass es tatsächlich ein Spam ist, sondern es könnte genauso personenbezogene Daten drinstehen, was weiß ich, Kreditkarteninformationen etc. pp. und ich würde das einer dritten Person einfach so zuleiten, ohne dass der ursprüngliche Absender das weiß, ist ein bisschen schwierig. Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, wenn Sie mir sagen, das sind Ihre eigengehenden IP-Adressen, was ich Ihnen rausschicken kann, ist, ich kann Ihnen Zahlenwerte liefern. Wie viele User haben auf Spam gedrückt? Wie viele Mails? Wo ist die Mail gelandet? Ist sie direkt im Posteingang gelandet? Ist sie Ihnen unbekannt? Hat irgendein anderer Spam-Filter bei uns zugeschlagen? Hat sie in einen Spam-Verdachtsopter geschoben? Solche Sachen kann ich Ihnen durchreichen. Was ich nicht machen kann, ist die Mail an sich. Alles, was ein personenbezogenes Datum enthalten kann, darf ich nicht aus deutschem Recht. Wie viele sind es aber auch das zügige Geschenkungsentren und das kann es ganz unheimlich gehen. Es wird ja euch reichen Uhrzeitzentren, Einkaufen, meistens auf die Mailer liegen. Ja, wenn Sie mir die Einverständniserklärung des Senders zeigen, dass ich Ihnen den Report auslösen, Ihnen als dritte Person den Report auslösen darf, dann mache ich das. Also ich brauche von jedem Ihrer Kunden und dann müssen Sie auch noch betrachten, dass ja die From-Adresse, die ist ja wie Schall und Rauch, da kann ich ja reinschreiben, was ich will. Ich schicke Ihnen eine Mail raus und schreibe Ihnen die E-Mail-Adresse von Herrn Bert Ungerreins from. Das müsste ich auch jedes Mal sicherstellen, dass die passt. Also was wir machen, das ist vielleicht auch für Sie als kleiner Provider interessant, wir haben genau die gleichen Probleme gehabt, dass wir halt stundenlang gesucht haben, bis wir den Kunden zuordnen können. Wir haben uns in die Header verschlüsselte Metadaten reingeschrieben und wenn der Report rauskommt oder wenn er an uns zurückpingt, können wir anhand dieses entschlüsselten Parts mehr oder weniger den Kunden sofort zuordnen. Wenn Sie mir sagen, dass diese Header-Zeile bei Ihnen existiert, dann schicke ich Ihnen die gerne zu. wenn Sie so was haben. Wenn die immer an der gleichen Stelle steht, das ist natürlich auch Voraussetzung. Sonst habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Allein schon wegen der Masse, die wir da durchschleusen. Sonst noch Fragen? A-Format gibt es bereits. Das A-Format gibt es bereits. Das hat AOL initiiert. Das läuft schon länger. Das Problem beim A-Format ist halt, dass es für mich als Web-Hosting-Provider, der auch eine andere Inzidenz hat, das A-Format zu Spam-lastig ist. Also ich habe ja noch andere Inzidenz, die ich vielleicht reporten will und das kann ich ins A-Format nicht reinpassen, obwohl es Abuse-Reporting-Format bedeutet, aber es ist halt wirklich nur reiner Spam. Außerdem habe ich da auch das Problem, dass ich Ihnen die Header-Daten und demnach die personenbezogenen Daten mitliefer. Das ist ja mehr oder weniger die unverfälschte Mail in diesem komprimierten Mail-Part. Aber wie gesagt, Statistiken, wenn Sie mir Frontends, wo Sie eingeben können, Mail-Server mit der IP-Adresse ABC, in der und der Zeitspanne, wie sieht der denn reputationsmäßig bei der United Internet AG aus, so einen kleinen Graphen über die Zeitspanne hingestellt, das ist in Planung, dass wir das machen. Also, dass jeder externe Einlieferer mehr oder weniger sein Mail-System bei uns angucken kann und auch die Gründe sieht, warum er so schlecht dasteht oder warum er so gut dasteht. Nur sein Mail-System oder jedes beliebige Mail-System? Ne, nur sein Mail-System. Aber nicht eben verabschiedet? Ja, er kriegt halt an die Abuse-Adresse, also Sie haben ja eine IP-Adresse, eine feste, und da ist eine technische Kontaktadresse angegeben und da wird ein, bevor er diesen Login bekommt, ein genau diese bei der Reib hinterlegte E-Mail-Adresse ein Opt-in ausgeführt. Nein. Es ist natürlich nur für uns, also logisch, Sie sehen natürlich jetzt nicht, wie Sie bei AOL dastehen. Aber wenn Sie hauptsächlich auf dem deutschen Markt unterwegs sind, würde Ihnen, glaube ich, die 1&1 oder die United Internet AG bei weitem ausreichen. Das macht ja Pi mal Daumen 70 Prozent, 80 Prozent aus. Wie ist das das so? Wir testen es gerade intern, weil solche Reputationsdaten live zu bilden bei, wenn wir eine Milliarde Mail rausschicken, dann können Sie sich vorstellen, dass ein Faktor X bei unseren MX anklopft und sagt, ich will rein. Das dürfte ungefähr das 80-fache sein, was da bei unseren eingehenden Mail-Servern anklopft. Das ist noch nicht performant genug, sodass ich Ihnen das zur Verfügung stellen kann. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, wie lange das dauert. Also ich schätze mal Ende des Jahres. Ich würde gerne mal wissen, ob das Thema Backscatter auch eine Rolle spielt. Also da gibt es ja zum Beispiel auch kein inhaltiges Format. Ob das so ein Problem ist? Für uns? Ja, also wir können, wir blocken sie nicht weg, wir lassen sie durch, eingehend. ausgehend, wenn wir sehen, dass ein Kunde irgendwie Backscattert, also irgendwas weiß ich, sein Mail-Server so konfiguriert hat, dass er nicht im SMTP-Dialog Mail-Servern abweist, sondern erst mal annimmt und irgendwie im Hintergrund dann nochmal ablehnt. Das sehen wir ziemlich massiv. Also da nehmen wir Kunden gnadenlos vom Netz. Weil Backscatter haben die Gefahr eben, dass man ganze Mail-Systeme kaputt machen kann und wenn das über unsere SMTP-Out, also wenn der Kunde dann noch eingestellt hat, dass die ganzen Mails über unser ausgehendes Mail-System geschleust werden, dann blocken uns ganze Mail-Systeme, nur weil eine Person A nicht in der Lage ist, sein Messer was sauber aufzusetzen. Bei einigen Backscatter oder irgendwie sozusagen im Zweifel für den Backscatter waren? Im Zweifel für, ja. Sachen, die wir 100% erkennen, die werden in den Spam-Verdachtsordner geschoben und alles andere landet, wie es der Kunde halt eingestellt hat. Generell ist es bei deutschen ISPs eben so, es dürfte bei Ihnen auch nicht anders sein als normale Mail-Server-Provider. Wenn ich eine Mail annehme, muss ich sie zustellen. Ich kann sie nicht mehr wegschmeißen. Bleibt mir nur die Möglichkeit, das in den Spam-Verdachtsordner zu schieben. Eine Anekdote noch von der Rechtsabteilung. Meine Frau, die arbeitet in der Rechtsabteilung, der 1&1. Kunde hat von uns eine Phishing-Mail zugestellt bekommen, also eingehende Phishing-Mail landet im Postfach. Sie ist auch im Spam-Verdachtsordner gelandet. Also sie war nicht im normalen Posteingang. der gute Herr drückt auf diesen Link, denkt an nichts Böses, obwohl alles Mögliche blinkt und blitzt und überhaupt, gibt seine Phishing-Daten da ein und kommt so nach einer halben Stunde auf die Idee, Mensch, war das vielleicht gut, was ich da gemacht habe, diese ganzen roten Banner da wegzuklicken und hat dann aber gedacht, oh scheiße, jetzt muss ich diese Passwörter, die ich da eingegeben habe, das war eBay Phishing, dieses Passwort, das verwende ich überall, das muss ich jetzt auf meinen 700 Mail-Accounts überall abändern. Hat es dann gemacht, er war selbstständig, hat die Stoppuhr eingeschalten und hat die ganze Änderungszeit, die er gebraucht hat, mitprotokolliert, also fertig war, wieder auf Stopp gedrückt, seinen Stundensatz genommen, den er so als, wie soll ich sagen, als Selbstständiger eben abrechnet und uns als Schadensersatz in Rechnung gestellt, weil wir eben eine Phishing-Mail fälschlicherweise ins Posteingang, also in den Spam-Verdachtsordner eingelöst, also reingelegt haben. Also das sind jetzt zum Beispiel solche Fälle, die bei uns aufpoppen müssen. Das ist auch ein Laufensverfahren oder die Bundesablage? Das geht in die große Ablage P. Aber bei uns sind halt die Beschwerdeanzahl, die wir reinbekommen, aufgrund der Größe, dass wir auch mit mehreren Rechtssystemen arbeiten müssen, was weiß ich, mit dem spanischen Rechtssystem, mit dem englischen, mit dem rumänischen Rechtssystem, weil wir auch ein rumänisches Brent haben, die Rechtsabteilung in Karlsruhe situiert ist, gehen so viele Versäumnisurteile, dass sowas unter Umständen dann durchbrutschen kann. Dann die Botnetz-Geschichte, da kann ich auch noch was dazu sagen, warum machen wir das überhaupt, wenn mich um diese Kundenrechner da kümmern. Das ist ein ganz einfaches Problem, ganz einfachen Grund. Was ich an meinen Mails-Systemen sehe, diese 99% der Mails, die ich an meinen Mails-Systemen schon IP-mäßig ablock, weil sie aus dem dynamischen IP-Adress-Bereich kommen, die kosten mich ein unheimliches Geld. Ich könnte meine Infrastruktur um einen Faktor 10 verringern. Ich hätte viel, viel weniger Traffic, der über mein Netz huscht. Was weiß ich, ob es ein DDoS ist, der über meine Leitungen durchknallt, weil ich der Telekom natürlich die Kapazität, also ich habe bei denen ja keine Flatrate eingekauft, sondern ich versuche ja billiger zu sein als die Telekom, also kaufe ich irgendwelche Kontingente ein und versuche da ein bisschen mit einer Mischkalkulation zu gucken, dass das immer so ein bisschen passt, dass ich noch einen Gewinn rausziehe. Das kann natürlich bei solchen Botnetzen, die dann wirklich massiv irgendwie anfangen zu spammen oder massiv irgendwie anfangen zu Dossen, ganz, ganz schnell in die Tausende von Euro gehen. Und auf der anderen Seite, warum wir das machen, ist ganz einfach, Kunden springen uns ab. Kunden haben eine 6.000er Leitung bestellt, die Leitung und wundern sich und beschweren sich, dass wir die ihnen zur versprochenen 6.000 6 Megabit eben nicht zur Verfügung stellen. Wenn man sich das genauer anguckt, wir stellen die Ideen zur Verfügung. Das Problem dabei ist nur, diese Kisten, die blasen so viel Traffic raus, dass da einfach nicht mehr viel übrig bleibt. Also ich hatte mir das aufgefallen, als ich mal einen DDoS auf unsere eigene Name-Server-Infrastruktur bearbeitet habe und habe ein paar Kisten von uns rausgesucht, die bei uns sitzen und habe mir die Kisten mal näher angeguckt und habe den Kunden angerufen und habe gemeint, der soll mal bitte Wireshark installieren und ein bisschen von seinem Netztreffig mitschicken und mir das mal zukommen lassen, damit ich irgendwie an den Command & Control Server komme, um diesen DDoS abzuschalten. Und wenn man sich diese Kundenfälle angeguckt hat, war überall genau dieser Schritt zu sehen. Der hat mit einer 6.000er Leitung angefangen, hat dann abgegrätet auf 16.000, es gibt tausende von Beschwerden drin, dass die Leitungskapazität nicht passt und gekündigt. Also nur so als kleiner Hintergrund Gedanke, warum wir diesen ganzen Zauber da machen. Also wir wollen den Banken da nichts Gutes, dass wir da die Torpicks da von den Büchsen blasen, sondern es ist einfach nur Überlebens, also nicht Überlebenskampf, das hört sich jetzt auch wieder übertrieben an, aber einfach nur sagen wir mal den Kundenstamm festhalten. Das hat einen ganz einfachen monetären Hintergrund. Das, was wir da ausgeben, das holen wir andererseits wieder rein. Meine Frau, Sie haben ihn. Handhaben ist ziemlich streng an zu haben. Wir haben so die Policy, wenn irgendjemand beim Steckazin dann vorhandenstellt und Steckazin sind von Handhabschalten zur Ausperren aus. Jetzt kann ich trotzdem immer wieder passieren, dass man zu viel ins Wärmhaus schickt, irgendwo hin und weil irgendwann nach der Spitze steht, egal was, und bei Leuten dann irgendeine komische Auszeit in der Blackliste oder sonst was. Wir haben normalerweise haben eine richtigen Server leiten nochmals über Relafsorber raus, der war eher von so, wo wir es als kehren können, dass sie in eine innere Position bekommen können, da geht alles raus. Und was über uns richtigen Relafsorber und das rausgeht, bei uns. Also bei Gmx haben wir die gleiche Strategie wie Sie, wir haben eine einzige ausgehende IP, das Messsystem ist einfach nicht ausgelegt, es gibt keinen Loadbalancer vor dieser Kiste, was man mehr oder weniger verteilen kann, es gibt eine ausgehende IP. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, wenn wir merken, um Gottes Willen, jetzt stehen wir auf zu vielen Blacklisten, dass wir den Stecker bei der einen Kiste ziehen und stecken beim anderen rein und gehen mit einer ausgehenden IP raus. Klar, bei Gmx haben wir nur eine einzige. Eine einzige ausgehende IP für das europäische Gmx System und eine zweite IP aber im gesamten anderen Bereich für das amerikanische Brand. Machen wir bei allen anderen System auch, aber bei Gmx diesem Postfix Dingens eben nicht. Es gibt Schwierigkeiten mit Forwards. Also beim eingehenden SPF zu checken, das machen wir auf allen Marken, da machen wir sehr gute Erfahrungen mit. Ausgehend ist es nicht ausgereift. Also Forwards ein Beispiel. Wir docken eher mit SRS rum als SPF. Aber wir nutzen das halt auch nicht um irgendwie Wir haben das bei Gmx ist es halt smarter, weil man kann den Fromm nicht faken. Also es ist eine fest eingestellte fest eingestellte Fromm. kann immer nur den Account, also die Gmx Adresse im Fromm drinstehen haben, die man auch tatsächlich bedient. Ansonsten nimmt der SMTP-Server die Mail gar nicht erst an und sagt die kenne ich nicht. Und das Passwort passt nicht. Bei allen anderen Marken ist es halt so, dass wir das frei gemacht haben. Bei web.de geht es nur über einen Opt-in. Sie können geklickt haben, also sie tragen da eine alternative Absenderadresse ein, kriegen dann eine Mail zugeschickt und müssen in diesem Postfach eine Mail entgegen nehmen. Erst dann ist es aktiviert und sie können unter der Fromm Adresse raussenden. Bei 1&1 können wir das gar nicht machen. Wenn wir das bei 1&1 machen würden, bedienen wir ein ganz anderes Kundenumfeld. Das sind alles Firmenkunden, die haben wieviel und würden sagen, wir nehmen nur Mails an, wo die Domain auch bei uns liegt, dann schickt keiner mehr eine Mail über uns. Aber da fängt es dann halt schon an, also da kann ich jetzt mit SPF. Also was wir machen momentan ist das Trusted Dialog. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das was sagt. Diese Ebay Logos, wenn eine Mail reinkommt, das kommt tatsächlich von Ebay, dann wird das in den Frontends mit einem Ebay Logo angezeigt. Eine Phishing Mail von Ebay, die würde diesen Status gar nicht bekommen. Das hier ist aber ein proprietäres System, sprich Ebay hat da irgendeinen Client, der genau diese Signatur erzeugt. Das ist kein Dekim oder sonst irgendwas, das ist ein proprietäres unserer Mail-Server auf der eingehenden Seite, der weiß genau, wenn von der IP-Adresse eine Mail ankommt, die so signiert ist, dann ist es eine echte Mail. Da gibt es ähnliche Ansätze von der ECO des Sender Plus Plus. Das ist so ähnlich, dass da auch diese Logos angezeigt werden, um eben Phishing-Mails. Aber das ist in Deutschland eh kein Problem mehr. Phishing-Mails, also wo ich die noch sehe, sind im amerikanischen Umfeld. In Deutschland, so gut, also zumindest eine deutschsprachige Bank, wann haben Sie zum letzten Mal eine Phishing-Mail von der Sparkasse gesehen? Das dürfte schon zwei Jahre her sein. Das macht kein Mensch mehr. Da haben die englischen Banken, besonders die Royal Bank of Scotland ganz andere Probleme. Also da gibt es viel, viel mehr Phishing. Wenn ich da einfach mal die Statistiken mir angucke, aus UK oder aus Spanien, das sind jetzt die beiden Länder, die mir als erstes in Europa einfallen, da sieht das E-Mail- Phishing ganz anders aus. Hier in Deutschland haben wir eher das Problem mit diesem Nigeria Span. Also die Leute, die sich anwerben lassen als Mool, so wie der Herr André Dornbusch vom BKA auch heute morgen vorgestellt hat. Das ist eher ein Problem in Deutschland. Dass es immer mehr Leute gibt, die auf solche Sachen reagieren. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Dass Sie meine Kontakte hatten, wenn Sie irgendwelche Fragen sonst noch haben, wenn Ihnen morgen was einfällt, wenn Sie irgendwas wissen wollen. Sie können mich jederzeit per E-Mail erreichen. Telefonisch ist ein bisschen schwierig. Ich habe sie trotzdem mal dazu geschrieben. Per Mail antworte ich in der Regel eigentlich relativ zügig. Okay. E-Mail ein bisschen mit. E-Mail ein bisschen